Wo haben wir da die Freunde? Da? Wo lade ich schon wieder rein? Ah da. Panda? So, mal schauen ob er rein kommt. So, jetzt aber. Hm. Warten wir. Sonst machen wir kurz eine Solo-Runde, wenn Panda noch irgendwie auf dem Klo sitzt. Und du Tramlow, möchtest du nicht auch mitspielen? Was bist du da? Du bist nicht da. Ich seh dich nicht. Nirgends. Du darfst nicht sprechen. Kein Problem, du musst nicht sprechen. Keine Probleme. Guten Abend René. Ah, du bist da jetzt, hab ich es gesehen. Okay, machen wir doch mal eine erste Runde und schauen doch, wie das geht. Discord also keine Beschränkung zum Sprechen? Warum denn das? Äh. Mikrofon. Mikrofon. Panda? Ha, jetzt aber. Haha. Meine Güte. Hab ich dich gemutet irgendwie? Oh, wie hörst du mich? Hä? Jetzt bist du wieder weg? Hallo? Ne, ernsthaft? Moment, Moment. Das geht ja mal gar nicht. Ähm. Ähm. Was heisst das? Berechtigung. Sprechen. Aha. Nein. Das hier. Sprechen und speichern. Jetzt solltest du nicht mehr. Aha. Jetzt bist du aber noch irgendwie auf dem falschen... Moment kurz. Ich höre dich über einen falschen Kanal. Ah, Default. Ja, das ist nicht unbedingt. Neues Meter. Sagst du noch mal etwas? Ja. Oh, jetzt aber. Uh, jetzt aber. Sehr schön. Also, ich habe immer am PC gezockt. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich auf der Konsole hinkriege. Haha. Du könntest eigentlich auch, ähm... Okay, kein Problem, Tramlo. Theoretisch könntest du, glaube ich, am PC spielen und irgendwie mit mir verbinden. Aber keine Ahnung, wie das geht. Genau. Hast du das denn schon mal am PC gespielt? Ich habe es mal am PC gespielt, aber es geht nicht zeitgleich streamen. Das braucht zu viel Power. Weil du musst dich trotzdem dann, glaube ich, bei deinem Account anmelden, dass ich darüber reinjoine. Ach so, okay. Wo wollen wir rausspringen? Hast du eine Idee? Ne, such dir was aus. Ich spring einfach mit. Okay. Ähm. Gehen wir doch mal da rüber. Ich habe mal einen Punkt gesetzt. Wie geht es dir denn, Panda? Oh ja, ganz gut. Ich würde jetzt rausspringen. Ähm, mir geht es auch gut. Doch, doch. Schon lange nicht mehr gesehen bzw. gehört. Oh ja. Mhm. Und gezockt. Ja, jetzt wo ich krank war, habe ich wenig gezockt. Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Der Stereo-Panda ist oberhalb von mir. Wir sind alleine. Ja, im Moment schon. Ah ja, kennst du das Spiel generell oder ähm, wie sagst du das auch? Ich habe früher den anderen Modus gezockt und halt am PC jetzt ein bisschen Battle Royale. Mhm. Brauchst du eine Waffe oder irgendetwas? Ich habe da ein paar Sachen. Okay, sehr gut. Ich komme jetzt mal zu dir rüber. Ähm, 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 ähm. Und Nadi, ich weiss nicht, ob ich es vorhin beantwortet habe. Gar kein Thema. Ähm, ähm. Laura, guten Abend. Na du? Wie konnte ich hier die Sachen hin und her switchen, die man unten in der Leiste hat, die Waffen? Äh, also sortieren. Mhm. Mhm. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesehen, dass das nicht... Ah, habe ich gefunden. Hast du gefunden? Geht das? Ja. Du musst einfach Steuerkreuz nach oben drücken. Ah, aufteilen, absetzen, dann... Ah, ich dachte, das geht nur am PC. Ha. Haha. Ups. Der Wachhund ist in der Haus. Laura! Unglaublich. Spielst du auf der PS4? Ja. So. Mal ein bisschen rechts rüber wagen. Mhm. Ja, Baby. Vielen Dank für den Sub. Vielen, vielen Dank. Und schneitbar... Ja, also gestern enorm. Äh, heute ein bisschen besser. Aber im Moment ist es krass. Und Benni! Was geht? Alleine für den Re-Sub-Sound lohnt es sich das Abend auch. Vielen Dank für die Unterstützung. Ist ja nicht so der Hit, aber ich nehme die Waffe trotzdem. Na Benni, wie geht's? Schön, dich zu sehen. Du hast Post. Werbung. Haha, genau. Ich bin am Grübel, ob ich das Haus nochmals verlassen soll. Nee, um Gottes Willen, bleib zu Hause. Kalt und hässlich. Sehr gut, Laura. Danke, danke. Immer Hü und Hopf. Sag ich da schön. Wurde eine Re-F eingeleitet. Oh, geil. Das heisst... Ziehst dich trotzdem nochmals an und... Party go on. Oh, eine grüne. Willst du nicht... Willst du die nicht? Ich habe schon eine grüne. Okay. Ich habe eine Kiste gehört. Die müsste oben drinnen sein. Mhm. Mhm. Ah, noch eine, ja. Ah ja, ich sehe sie. Einziges Problem. Die Ecke ist super scheisse mit Parkplätzen. Oh. Und ich vermute bei euch ist auch nicht unbedingt... Unbedingt Sommer und äh... 30 Grad. Da ist noch ein Trank. Den kannst du nehmen. Einen habe ich schon, aber wenn du noch einen hast... Also beziehungsweise einen habe ich schon genommen. Ja, hier unten ist er runtergerutscht. Ach so. Ah ja. Danke dir. So kalt, das ist nicht unbedingt der Alter. Ja. Wer will das schon? Wer will das schon? Und hallo ähm... Alessio. Wie geht's? Könntest du mitmachen? Ähm... Es ist auf der Playstation 4. Das ist mal Punkt 1. Und äh... Laura, man wollte noch mitkommen. Vielleicht... 1-2 Runden später, wenn wir sehen, wer jetzt alles zugesagt hat. Ob die dann auch auftauchen. Ja, bei mir auch. Danke, danke. Und apropos Alessio. Ich werde aufhören auf YouTube zu streamen. Nur, dass du das auch weisst. Nur noch Twitch. Irgendwie sind wir alleine, Panda. Ich glaube... Das ist gut, dass wir so weit zur Seite geflogen sind. Ja. Nur noch 33 Gegner. Ja, das ist geil. Irgendwie läuft das Spiel flüssiger heute als auch schon. Die haben bestimmt irgendwie mit dem Update ein paar Verbesserungen gemacht. Und spiest du heute auch mit, Laura? Also kommst du noch nach... Blaues Sturmgewehr. Ja, willst du es? Kannst ruhig nehmen. Okay. Ähm... Oh, hier war schon wieder. Ja, es ist genau... Ich habe eine Kiste. Ähm... Ähm... Ich habe eine Kiste. Ähm... Wer würde ich benutzen? Und ich höre, ja. Ich höre, ja. Ich höre, ähm... Cool. Oh, die Party. Heute nicht mehr hält im Chat die Stellung. Heute nicht mehr hält im Chat die Stellung. Okay. Oh, die Party. Ähm... Hier ist noch ein Kiste. Das Spiel ist so krass, dass man... Also... In Bezug auf... Man muss unbedingt auch hören. Weil da... Verraten zum Teil... Die Leute sich selber... Siehst du was? Oder was? Nimmst du mich auch mit, Benni? Nur die Schweiz... Oh, das ist eine Purpurne, oder? Ich habe schon eine. Oh. Okay. Ich frage mich, wo die Gegner sind. Da vorne ist noch eine Treppe. 21. Oh. Bis ich da bin, ist das Event vorbei. Wir sind wieder runter. Der Kreis ist nach unten gerutscht. Ah, ja. Ich sehe es. Ich bin jetzt auf Tisch. Sehr gut. Ähm... Du darfst gerne auf Discord reinkommen. In den Warte-Bereich. Äh... In den Voice-Channel. Und sobald die Runde vorbei ist, darfst du mitmachen. Kannst du etwas davon benötigen? Also brauchst du etwas? Nein. Nein. Die Mauer kommt. Mhm. Oh, weiter Weg. Scheisse. Ja. Aber... Mit Schild und voller, ähm... Voller Gesundheit sollte das klappen. Da baut sich einer in die Höhe. Mhm. Ah ja, wo? Da links. Ah ja. Ab in die Hände. Sollen wir ihn mal runterfallen lassen? Hahaha. Holy Shit. Äh... DJ PK. Hallo. Wow. So lange. So lange ist es, ja. Ich dachte gerade, was? Hahaha. Ich probiere ihn runterzuholen, aber... Mh... Oh, ja, gut. Ich schau nicht einmal mehr auf. Da fliegt er. Doch nicht. Oh! Hast du ihn runter? Ich habe eine Platte weggehauen. Er ist aber auf den Treppen noch gelandet. Der... Cheetah. Ja. Komm, 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 komm. Run! Run, boy, run. Run, run, run. Das kann ja jetzt nicht sein Ernst sein, da oben. Haha. Ne, ist der immer noch oben? Ja. Der kommt ja nicht einmal wirklich runter. Sonst, wie geht's jetzt? Sehr gut. Vielen Dank. Und bei dir so? Ich meine, er muss ja so oder so runter. Mein letzter Bereich ist sich noch einmal... Er muss nicht. Er kann auch snipern. Kann auch, ja, das stimmt. Aber noch zwölf. Hey, unsere erste Runde und schon unter den ersten zwölf. Ja, schaffen wir. Nimm die Treppe weg, dann schmiert er ab. Ne, die Platten bleiben ja trotzdem oben. Ja, also ich müsse ja... Und vor allem hab ich im Moment... Ah, da ist der, ja. Ich seh's. Er macht sich da entturm. Und... Ist der weg? Ah, da hat er sich hingebaut. Den hinteren Plan. Last Battleground kann ich sag's mir nicht. Ja. Und da fällt er. Haha. Der Arme. Tja. Silberschuld. Da müsst ihr euch am Ende ja gegenseitig weghauen. Nein, ich glaube, wir gewinnen einfach zusammen. Ja. Oh, eine goldene hat er sogar. Oder? Nein, der grün. Ups. Bandagen. Hm. Ja. Warum nicht? Ah, ich hab ne Käste. Also wir müssen jetzt den Raum rein. Ja. Das ist eine Ursache, ja. Oh, weg, weg, weg. Ach, da unten ist. So ähnlich wie Fortnite. Okay. Hello. Forest. 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 Neunter. Neunter Panda. Wo warst du nur, als ich immer das Spiel gespielt habe? Ja. Ich hoffe... Ich hoffe einfach, dass du da... Ah, rechts von uns sind ein paar. Ich komme. Du darfst auch nur erscheinen. Haha. Okay, ich erscheine, ne? Wie geht's auch? Uh. Jetzt eine Schriftball. Oh. Oh, cool, aber... Worauf schiesst du? Äh, da auf das... Auf eine Person... Ja, getroffen. Einen. Ach da, wo sie sich... Verbarrikadieren. Nach zwei Gegner-Teams. Wieso läuft mein Charakter von alleine? Was soll das? So. Ah, das bringt er jetzt noch nicht. Naja... Ich muss schauen, dass die nicht jetzt zu mir kommen oder schiessen. Ja, doch. Tun sie. Schon? Hm. Das war doch hier... Links neben mir. Ach, scheiße. Ah. Habe ich auch gehört. Was hat jetzt da geblitzt? Du sagst, wenn du Hilfe brauchst. Im Moment bin ich da hinter dir. Ah, ich sehe ihn. Hab ihn. Oh, yes. Wow. GG. Ich wurde angeschossen. Ich wurde wieder angeschossen. Ah, nein, nein, nein. Er steht hinterm Baum. Und er hat mich. Shit. Scheisse. Weg, 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 Romero, Romero. Spannend, ja. Ich habe mich noch nicht so schnell einmischen müssen. So, ich bin so mehr oder weniger im Bereich. Noch fünf, noch fünf, noch fünf. Yes, yes. Ich lasse die mal selber sich eliminieren. Ja, ist nur noch ein Team, glaube ich. Ja, drei. Ah, ja, stimmt. Stimmt mit mir, drei. Wemme einfach und lasse sie sich töten. Ja, ich glaube, die lassen sich jetzt nicht mehr töten. Alter, der ist am Raun, ey. Wow, wow, wow. War ist... Ah, jetzt dachte ich gerade. Warum ist das dunkel? Ach. Ich treffe ja nichts. Wuhu! Getroffen! Tom zockt aktuell noch nicht. Aber die übernächste Runde kannst du eventuell mitspielen. Ja, die verbarrikadieren sich natürlich. Die verbarrikad... Ja, Zielwasser wäre wirklich. Es gibt ja nichts. Wow. Ja, okay. Oh nein, ich muss da hin. Toll. Ja. Ich habe nicht mehr genug Muni. nur noch. Ich komme von aus. . Bliven lauf Ja klar Ui ist das spannend Nein Fuck fuck Oh, Panda, Panda weg Nein Aber einen habe ich gemacht Einen habe ich noch getötet Schade, ja sehr knapp Naja Aber Panda ist weg, Irkund aus einem Grund Wo bist du Panda? Zurück zur Lobby Ui ist das spannend Zack Kopfschuss tot Ja Aber ich habe mich gut gehalten So Ähm Bist du schon befreundet mit uns? Ähm Nein Ich glaube nicht Alessio oder? Aber wo ist Panda hin? Panda Panda Ja 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 Zieh dich dann gleich rein Ja 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 Das kenne ich gar nicht Was bedeutet das? Ja Also es sind mehrere Teams, die dann zusammen machen Ja So Ähm Dann spielt man bis zu vier Spieler Aber äh Wer bist du? Äh Alessio, warte ich zieh dich kurz rein So So, Alessio Hallo Du, du müsstest mich nochmal in die Gruppe einladen Ich bin nicht mehr drin Mhm Komischerweise Also ich seh dich zwar drinnen, aber Ha Okay, verlassen mal kurz So So Äh, aber du bist nicht mehr unter Freunden drin, sehe ich gerade Ah Jetzt Ah ja Ach Ach, der redet schon Alessio Er, er redet schon, ich habe gerade auf 200% hochgezogen, aber er ist immer noch extrem leise Okay, kann vielleicht am Mikro liegen? Kann sein Kann sein Ich habe dich jetzt auch ein bisschen höher gestellt Kann man nicht Der Stereoband ist beigetreten Wo, wie heisst du eigentlich, Alessio? Wie müsste ich dich Weil ich, äh, so bin ich auch Finde dich nicht bei mir Dann sind wir nicht befreundet Kann das sein? Kann das sein? Oh, zu leise Zu leise Glaube nicht Ähm Also auf Team Modus hast du Ja, Team Modus habe ich Okay So, ähm So, ach und wenn wir jetzt zu dritt im Team Modus spielen, dann kannst du auf, ähm, nicht erweitern drücken, dann sind nur wir drei, sonst kommt auch ein, äh, Zufallsspieler noch mit uns Okay, und wo finde ich das, nicht erweitern? Ähm, nicht erweitern, ich glaube, der rechte Klick, das siehst du auch unten rechts unter Team Ah, Team Auffüllung nicht auffüllen, ja, erzähl ich's genau Genau, nicht auffüllen Wenn, wenn da dann steht auffüllen, dann hast du schon nicht auffüllen Okay Okay Aha Mach das Game ein bisschen leiser Es ist schon sehr leise So, hab's ein bisschen leiser Ähm, jetzt müsste ich dich nur noch einladen können, hier in die Gruppe Und finde dich nicht Kannst du mir eine Freundschaftsanfrage senden, Alessio? The Jumping Flame Underscore Hm Hm, hm, hm Hm, hm, hm Was ist eigentlich mit Ina? Sie ist an einem wie heisst es Abschlussparty weil ich wollte es ja zuerst nach der Arbeit machen aber, äh, Jumping Flame und dann konnte ich das nicht und habe es verschoben und das hat ihr leider gegen die Karten gespielt und sie probiert noch nachzukommen aber ist nicht sicher Tut mir leid ich muss zocken gehen Genau Also ich habe dich in der Freundesliste Okay Also ich habe dir jetzt noch mal eine Freundschaftsanfrage gesendet Hoffentlich mal in den richtigen Ah ja, genau Smarty Meine Güte, du hast Wem habe ich jetzt eine Freundschaftsanfrage gesendet? Denn mein mein Card Genau Okay Ähm Da Hast du dein Mikrofonpegel auf automatisch? Wenn ja zieh den also macht automatisch aus und zieh den einfach mal hoch Ja 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 Das ist dann Push to Talk, ne? Was? Nein Sonst müsstest du ja immer drücken Okay Soja Also ich habe dich bei mir auf 200% und es ist sehr leise immer noch Okay Sonst muss ich das mal in den Kopf auch umzwecken Moment Was hast du für Augens, Marty? Und wie hast du das gesehen? Okay Okay Mach mal Kopfhörer sind drin Jetzt ist es besser Ja Definitiv Definitiv besser Okay Na dann ist gut Und hast du schon die Freundschaftsanfrage bekommen auf der Playstation? Also wir sind ja schon befreundet in der Freundeskiste bei mir Guck mal im Discord mein Name der ist genauso wie ich auf PS4 heisse Ja Hast du das auch so angegeben? Wir sind zwar befreundet aber ich habe einen neuen Account gemacht und da sind wir noch nicht befreundet Und mit diesem spiele ich gerade Achso Okay Weil bei mir steht Jumping Note und dann habe ich sie jetzt da gedacht Also da Ja Nein 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 Schau mal Ich habe den nochmals Ich passe halt auf Ja Smarty Definitiv 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 Okay Ich habe akzeptiert Sehr sehr gut Dann solltest du dich dann gleich sehen Ja Tja Und jetzt Komm Aktualisier Ich gucke jetzt mal ob ich auch so beitreten kann Mhm Okay Dann mal gucken So Also Team ist alles Team ist dann Team Auffüllung steht Wenn ich jetzt R drücken würde Auffüllen Also das heisst Es ist auf Nicht Auffüllen Richtig Ah jetzt Einladen So Ja Ich habe die Einladung A Sehr gut Ach schön Gut Das muss ich bald So Ich habe auf Beitreten gedrückt Mhm Du bist dabei Perfekt Dann mischen wir doch die Truppen da mal auf Aber keine Sorge Romeo Du wirst auf jeden Fall Schon noch sehen Dass desto öfter du Fortnite spielst Du bist auf jeden Fall Besser Sicher Ja ich habe bei null Angefangen Jetzt habe ich schon Ungefähr Drei Siege Und der eine Sieg War ein Teammodus Oh wow Nicht schlecht Also das heisst Du bist alleine Gegen meistens Vierer Vier- oder dreier Gruppen Genau Ja genau Nicht schlecht Exakt Tja jetzt haben wir doch wen drinnen Gut Wo wollen wir hin? Den Drummer Dies Drummer Genau Wo wollen wir hin? Mir egal Generell Ihr dürft wählen Okay Nehmen wir denn dann Also Towers ist Im Teammodus Selbstmord Das war Das heißt Einige Ah nein Er geht sich töten Nein Das ist Dies Drummer Das ist Jemand Wo zusätzlich Dabei ist Panther Ja Der geht sich töten Ich dachte es wäre auch nicht Auf den Ich spring mal hier raus Aha Ich bin hier rausgesprungen Ähm Ich laufe mal ins Labyrinth Also das ist dieser riesen Wald Aha Also da sind meistens gute Items Okay East Drummer ist schon angeschossen und tot Sehr smart Ah wie geil Ähm Romeo Ich weiß ja dass es für euch strikt ist Aber ich wollte kurz Äh Sowas Fragen Ja Was es über meinen Kanal ist Und zwar Ähm Ich Ich wollte dich mal So was fragen Ob es so Fans gibt Die du zum Beispiel auf PS4 hast Die dich manchmal einfach so Fols Weil Was ich habe Ich habe so einen Fan Mit meinen 53 Abonnenten Gibt es da einen einzigen Der mich immer so mit Einladungen Vollspan Weiss ich wie ich damit umgehen soll Also wie mit Einladungen Bei PS4 Oder wie genau Äh ja PS4 Also ist halt jemand Der mich halt eben Nonstop vollspannt Okay Also entweder den blockieren Ähm Oder Oder Was gibt es da noch für Optionen Panda weisst du eventuell etwas Ne Auch nur blockieren Oder rausschmeissen Ja Oder irgendwie dann auch Ähm Ähm Wie heisst es Plays Also Sony melden Das wäre noch Eventuell etwas Okay das Kann ich machen Weil ähm Ist halt einer der Zocker eben gerne mit mir Das kann ich natürlich auch verstehen Dass er als Abonnenten will Aber Ich weiss nicht Ich schätze ihn auf jeden Fall Er ist schon sehr jung Also auf jeden Fall jünger als ich Bin ja jetzt zwölf Und ich schätze ihn mal so unter Acht ein Hört man auch schon von der Stimme Oh Ich habe hier einige bei mir Ja Zum Beispiel auch ähm Ähm Von verstehen her Ich will da mit mir auch ähm Spiele spielen die ich zum Beispiel gar nicht habe Okay Also Meistens reagiere ich auch einfach gar nicht drauf Mhm Sonst rede ich hier mit ihm einfach mal drüber Ja Probier ihn mal doch einfach äh Ganz normal zu sagen Das ist bei uns ja auch so Äh Und Wenn ich dann nicht mehr äh Irgendwie auf äh Wie sagt man dem Verstand hoffen kann Dann sage ich dann halt meistens Ja sorry aber Dann muss ich dich blockieren Okay genau Weil da bin ich meistens auch immer kurz davor gewesen Ja Ja Dann hat er auf einmal immer aufgehört Also mal gucken So Brauchst du Hilfe Panda Achso wir gehen ja gerade aus der Zone ne Leute Äh Ja Er ist dann auch irgendwie am schiessen Ich gehe dann kurz zu ihm Ja Dann komme ich auch mal Ich habe Besuch Ja Okay Ja ich sehe Ah Loni Lass ich Nein Ich habe deinen Besuch empfangen Ja ich auch Oh shit Oh fuck Oh shit Nein 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 Unser ganzes Team Oh man Einen habe ich nur erwischt Oh Platzierung ist wohl voll dumm Weil es stand da Als wir Platz 19 waren Ah als Team Ja ja klar Naja Spielt noch wer mit oder Im Moment sind wir drei Und äh Ina kommt dann später noch Eventuell Ah ok Genau Mache ich mich schon mal Bereit Mhm Mhm Boah Ich hatte Ich hatte so einen Freund Dem ist einmal hier Äh Was richtig Blödes passiert Der hat sich diesen Battle Pass Mhm Ähm Er wusste nicht Dass am nächsten Tag Saisonende ist Das heisst Der hat so ungefähr 10 Euro ausgegeben Für nichts Ah nein Scheisse Ja das ist Wenig Ist gut Ja Aber wie ist es dann Ähm man hat ja zwei Modus Oder Also Modi Ähm Also man hat so Battle Royale Achja Battle Royale Und äh Rette die Welt Ähm Rette die Welt ist äh Wenn du das volle Spiel Kaufst Oder es kommt halt auch 2018 Kosten raus Ah ok Ich hab das volle Spiel Du hast das Panda Ja Ah cool Stream das mal Das nehme ich mal wo unter Streamst du eigentlich öfters Jetzt wieder oder? Jetzt bin ich ja wieder gesund Jetzt kann ich es ja mal Endlich wieder tun Haha Yes Ich verstehe aber nicht Wie die anderen Eigentlich immer noch Eier Wie die anderen Immer noch beitreten können Ja ich glaube Ich muss es dann Auf den Den anderen Knopf drücken Ja ähm Wollen wir Bei Fatal Fields Raus Nein Was drücke ich? Hahaha Ich hasse das Wir sind nicht alleine Nein Definitiv nicht Direkt aufzufangen Wo wollen wir hin? Ok Ich komme auch runter Direkt wieder Schlapperin Ok Wenn man den Marker setzen will Und X drückt Ok Schlapperin ist auf jeden Fall Eine Person Ohne Team Zwei Ja Zinsatz Zwei Scheme landen drinnen Ja Ich seh es Zum Beispiel was ich bei Fortnite mache Ich kaufe mir generell keine Sachen Aber zum Beispiel den Skin hier Den gibt es kostenlos Wenn man PSN hat Da kriegt man den kosten Habe ich von Tramlow vorhin gehört Das ist cool Dann hat man auch so ein Gleits Habe ich bevorzugeliebert Wie ähm Regenschirme und was Ich versuche jetzt auch In jeder Season Einmal Erste zu werden Weil es gibt auch Habe ich gehört Verschiedene Regenschirme Ich habe es jetzt Ok Ähm Ok Habe ich auch Ich bin wohl Waffenpanda Ich höre gerade diesen Rotzbar Den muss ich mal gerade Aha ich hab die gar nicht Ich hab das gar nicht aktiv Ja ich bin in einer Party drin Von daher Würde ich die Leute Ok So Oh geil Schilddrang Ähm Romero hast du eigentlich Äh Wetsu Habe ich dir ja schon mal von erzählt Ne Ja genau Hast du das schon mal auf YouTube gesehen Ich hab kurz mal reingeschaut Ja aber nicht Kannte es jetzt nicht irgendwie Sehr detailliert Ok Das müsste ich noch ein bisschen Länger anschauen Aber ich äh Ich finde eigentlich das ist ein Spiel Das wir eigentlich zusammen Was zusammen gut eigentlich zocken könnten Es geht bis zu sieben Spieler Bis zu sieben Kennst du das Panda? Ja bis zu sieben Wie bitte? Kennst du das Spiel? Welches? Äh Wetsu Also das gibt's glaube ich Äh Ja es gibt's glaube ich Jeden zweiten Monat kostenlos auf PS4 Ah ok Ich hab noch keine Waffe Hm Äh warte ich kann die reine droppen Äh Hier Äh Absetzen das hier So Oh ok Dankeschön Oh ich hab gerade auf die Idee geguckt Ich muss jetzt mal zum Navi stecken Und Rotzbar ist weg Rotzbar Da wurde er weggerotzt Oh ja Was mir so richtig öfters passiert Worüber ich mich auch immer so aufrege Heute in einem äh Stream von mir Also wenn ich das erwähnen darf Ähm Da Ich äh Bin so mit der Schrot rumgelaufen Plötzlich äh Hat die auf einmal geschossen Weil die gegen meine Beine gekommen ist Und dann? Äh ja Dann gab es nicht nur so Aber Wie das witzig war Und das geklippt Ja Das war ein bisschen blöd Fuck ja Das ist suboptimal Sag ich dem Und Ina Vielen Dank für deinen Host Schön bist du da Äh Ich kann dir mal sagen Was die Äh Impulsgranate macht Weil ich glaube Du kennst sie noch nicht Nein Das kannst du mir gerne sagen Ja Gut das heisst Äh Sagen wir mal Du hast einen Gegner irgendwo Du wirst die Impulsgranate Und der in der Nähe ist Dann fliegt der weg Ah Okay Das heisst Du kannst wenn sich jemand hochbaut Das auf die Plattform von dem werfen Dann fällt er eben runter Ein Stück Ah Ich dachte das wäre jetzt wieder Diese Disco-Leuchte oder so Etwas wo die tanzen Ja das ist die Disco-Granate Die sieht halt eben anders aus Ah Okay cool Wie geht's Ina Na schon zurück Lust mitzuspielen Ich versuche jetzt mal was Am Wochenende was Dabeizusein Weil jetzt habe ich auch Weniger Schulstress Die ganzen Arbeiten Sind jetzt rum Ah sehr schön Ist es gut gegangen Alessio Wieder zurück Sehr gut Brauchst du noch eine Waffe Alessio Äh ne geht's okay Ach äh Ich kann dir einen Tipp geben Romero Wenn du in Häuser reingehst Immer eine Schroplette zücken Ja Das habe ich auch schon gedacht Funktioniert das Crossbowl nicht Äh Puh Da müsstest du Bennys äh fragen Und ich habe auf diesem PC Habe ich ähm Dieses Teil nicht installiert Wo man irgendwie braucht Für äh Ich weiss es nicht Ich gehe da mal hoch Ich gehe da mal hoch Na Und sonst kannst du ja Auf der Playstation Trotzdem mitspielen Oder Handkanone kannst du ruhig nehmen Ähm Die Handkanone ist halt eben Ah ja die Hand Äh Ich habe nicht So ein richtiger Magnum Ja genau Ähm Ich nehme mal die Shuggle Ich finde es Der zieht gerade noch Updates Ach kein Problem Wir sind ja da Ja also ich versuche jetzt Bei dir in der Nähe zu bleiben Dann kriege ich dir ein bisschen Mhm Panda wo ist Bist du Ah Panda ist schon da vorne Stürzt du dich ins Getümmel Ne hoffentlich noch nicht Haha Ne hoff ich es auch nicht Ach und Romero Du kannst doch dein Inventar ordnen Habe ich vorhin gerade gesehen Ähm Panda hat es mir gezeigt Mit X Und dann Dreh Äh kann man das Ja genau das ist geil So Also ich hätte jetzt gedacht Dass wir schneller K.O. gehen Aber Haha Weil ich jetzt einfach Raus Raus Ge 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 Sprungen bin Hey vielen Dank für die 2 Bits Simon Und Schön dich zu sehen Was geht Aufpassen hier müssten Einfach vielleicht noch Welche sein Ja stimmt In Retail Row Ähm In Retail Row Kenne ich ein paar Gute äh Häuser Die wir plündern könnten Weil es da ein paar Items noch drin sind Weil immer wenn ich Retail Row hingehe Wenn da schon Wenn es schon Ganz lange Zeit Vorbei ist Dann finde ich da Meistens immer noch Ein paar Drohnen Zum Loten Okay Ja klar Also es gibt so Zwei Ranzhäuser In denen immer Mindestens Zwei Drohnen sind Vielen Dank Für die Bits Marty Was geht hier Oh Scheiß die Browl Ah kacke Ich bin ins Haus Reingefallen Scheiße Ja Ich auch Okay Bin wieder raus Uua Ebeni Wollen wir das Haus Gelooten Okay Das Haus ist ungelootet Wir könnten das gerne looten Woher weisst du das Sieht man das Äh die Türen sind zu Ja Türen sind zu Und äh da liegen noch Alte Okay Also Man äh Halt eben noch Waffen drinnen sieht Eigentlich Und Türen Alle Türen zu Gleich müssen wir wieder nach oben laufen Es ist gerade Ja Und hey Jan Hallo Und Benni Vielen Dank Falls ich es noch nicht gesagt habe Für die geilen Bits Ja Ranzhaus Hast du was zu bieten Ich glaube ganz schnell Arsch Hier ist eine blaue Waffe Zack Einmal schön die mitgenommen Sehr gut Sehr gut Benni Und Ina Meine Güte Was macht ihr jetzt hier Vielen Dank für die Bits Ihr müsst doch nicht Mittwoch wiederholen Leute Ihr seid doch unglaublich Vielen Dank Für die Unterstützung Wer hat alles schon Das ähm Die Zusammenfassung Der Highlights gesehen Pistole Rennen um Platz 1 2 und 3 Da vorne ist einer Wo? Auf Nordwest Hüpft er Nordwest Hüpft Okay Er ist gerade Über den Hügel rüber Über den Hügel Da muss die Freiheit wohl grenzenlos sein Bei den Bäumen Ja Ich sehe sie Ja ich sehe sie auch Die sollten So schön rum Ja Und wir steilen Gerade darauf hinzu Müssen wir ja Oh der eine baut Okay der baut einen Turm Die haben wahrscheinlich Einen Sniper Oder haben wir uns gesehen Das soll aufpassen Ja Die haben uns gesehen Ähm Ich habe Quick 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 Äh Wahrscheinlich Ähm Wir könnten jetzt Links lang Einen ganz grossen Bogen rum Machen Und um die Tourne rennen Wollen wir das machen? Okay Ja klar Panda bist du dabei? Mhm Ja das sind auch Leute Ich sehe sie Zwei auf dem Hügel Okay Ähm Die rennen auch gerade dorthin Wow 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 Äh Vergut mal Was ist das? Zwei 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 Woher kommt Ja Ich muss ganz schnell Meditation Ja Das überleben wir nicht Ne Nein Ich auch nicht Zwei 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 Nein Ohne In den Fuss Und weg Jumping Note Äh Ina Bei Epic Games Nein Ich muss euch leider jetzt auch schon wieder verlassen Ich muss doch noch Okay Kein Problem Panda Aber danke dass du dabei warst Ich wünsche euch noch viel Spaß Und beim Nismar bin ich auf jeden Fall länger dabei Das ist doch sehr lieb Schön warst du dabei Hat Spass gemacht Bis bald Bis bald Ciao 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 So dann warten wir kurz auf Ina Dass sie auch mit Rön kommt Ähm Und dann können wir wieder weiterspielen Besucher vom Pizza auszuzocken Also eigentlich ja Solltest du mich finden So zwischendurch einfach so So zwischendurch einfach so Irgendwie tust du mich einfach fortzocken oder rum Zum zwischendurch zocken ist das geil Ja definitiv Der Jumping Note Ohne Unterstrich Moment ich schau selber kurz nach Damit ich da euch nicht etwas Falsches angebe Epic Games Epic Games Home Ähm Ja Und Ich komme jetzt wieder Dauert nicht noch Ähm Ähm Ina Ähm Ähm Anzeigenname The Jumping Flame Nein 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 Ich habe das ja geändert The Jumping Flame Sollte es mich eigentlich unter The Jumping Flame finden Epic Games Ja Der Jumping Flame Kostenlos Kostenlos Kann ich dich da irgendwie Muss ich dich bestätigen Ina Jetzt muss ich dann den Epic Game Launacher Unterladen Windows Hoffentlich muss ich das Spiel nicht runterladen Aber ich habe jetzt mal kurz Epic Install Ähm Warte, ist das geöffnet? Das ist jetzt eben praktisch Wenn man den PC entlastet hat und das so machen kann Ja Neue Daten werden kopiert Ich glaube ich muss nicht ähm Muss da nicht äh das Spiel So Und 28 MB herunterladen Das geht eigentlich auch schnell Ich bin es noch am herunterladen Simon Gibt mir noch ein bisschen Geduld Vorhin habe ich noch 186 Bit gesehen Benny Was geht Was geht Vielen Dank dafür Zugriff zulassen Da Epic Games Epic Games Dann der ist der Online Jetzt kurz anmelden Passwort Der coolste Punkt Ich habe noch kurz das Spiel Nein das Spiel nicht Aber ähm Den Epic Game Launcher Zwei Freundschaftsanfragen Benny Benji Benji Annehmen Und Ina Annehmen Nein Sehr gut Ich habe dich hinzugefügt Minimieren Info Nein Anwalt Verlassen Ina Smarty Alter Stop it Teigwurst Ähm Wir sind gerade am schauen Ob ich da Die liebe Ina Vom PC Reinbringen kann Ob du da mitspielen kannst Ah ich bin direkt wieder offline Ah muss ich Muss ich den Muss ich den Äh warte 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 Ina warte 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 Teigwurst Vielen Dank So Ähm Jetzt spielen Ja eben Also ich habe jetzt den Epic Game Launcher Habe ich eben einfach im Hintergrund Aber ich sehe dich da Trotzdem nicht zum Einladen Bedeutet kannst du irgendwie Trotzdem reinkommen Pfadsphäre Ähm Ganz grobe Nominärmeiterin Öffentlich Anwenden Ah bu 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 Gib mir eine Sekunde Ich bin gleich zurück Okay So Dreh작 Dreh принцип chrome Ja, ja, ja. Genau, ein Stuhl-Stream. Ist jetzt hinzugefügt, Ina? Kommst du in die Discord rein, Ina? Wo bist du denn? Ina, meine liebe Ina. Komm doch, du Discord. Gruppensuche. Ist jetzt drin? Ja, stimmt's, aber Ina. Ina, was geht? Was geht? Es geht nicht. Es geht nicht, das kann man schon mal sagen. Leider muss ich jetzt das Update noch mal für das gleiche, was ich gerade für den PC hatte, noch auf den Playstation laden. Das heißt, ihr könnt ruhig erst mal noch ein paar Runden ohne mich spielen. Das wird jetzt wahrscheinlich noch mal dauern. Also, Moment. Auf dem PC wirst du das spielen? Und ich, Smarty, ich sehe... Ich wollte das auf dem PC spielen, weil es hiess ja, es geht Crossplay. Aber es scheint ja doch nicht zu gehen, weil ich sehe, dass du online bist, weil du den Launcher gerade auf hast. Aber ich kann dich einladen, aber dann lade ich dich, glaube ich, für das PC-Spiel ein. Ja, genau, genau. Deswegen, mir scheint es doch nicht zu... Ich mache es dann einmal aus, und dann lade ich es noch mal für die Playstation. Sehr gut. Du bist toll. Und jetzt sehe ich die... Wie heisst es? Sind das jetzt die Bits, oder was habt ihr da für Icons vorne dran? Das sind, ja genau, das sind die Bits. Wow, geil. Dritter Platz, Zweiter. Das finde ich aber geil. Cool. Das Game braucht auch kein Crossplay, bislang nur ein Zynk da. Bedeutet, Benni? Ach so. Das heisst Zynk. Also dann kann ich den mal wieder beenden da. Darum wurde hier auch so rumgebettet, ja, ich merke es. Ja, der will der Platz 1. Aber Ina, bist du Platz 1? Ja. Ich habe mich wieder auf Platz 1 gebittet. Moment mal. Ah ja, stimmt. Benni wollte mir den Platz streitig machen, das geht aber gar nicht. Benni. Aus. Aus. Wie geht es dir denn, Ina? Gut. Ja, lecker gegessen. Schön bei Meck ist noch gewesen. Oh, lecker. Also wie gesagt, spielt ruhig schon mal. Ich brauche noch ein Gigabyte. Du brauchst noch ein Gigabyte, okay. Aber ich glaube, der... Aha, hier, Alessio ist. Ach, der Alessio ist gerade weg, oder was? Alessio? Ja. Ja. Ciao. Ähm, wir spielen kurz, wir zwei eine Runde und dann ist Ina auch bereit. Okay. Du musst vermutlich Alessio ein bisschen lauter machen, Ina, wenn du Rechtsklick drauf tust. Falls du ihn hören möchtest. Oder leiser. Mach ich. Profil ist Cross-Plattform verfügbar. Wenn man sich exklusiv die Items holt, hat man sie auch, beziehungsweise auf dem PC. Aber noch kein Cross-Play. Aha. Aber war nicht irgendwann mal die Rede von, das geht? Irgendetwas habe ich so mal gehört. Habe ich auch so verstanden. Ja, ich auch. Ja, habe ich irgendwann auch mal so verstanden. Ich würde mal sagen, ich markiere jetzt schon Lonnie Lordship. Ah, man kann das schon jetzt markieren? Das sehe ich jetzt. Oh, cool. Genau, du siehst auch, von wo der Bus kommt. Haben jetzt alles geupdatet. Okay. Bin LG Fun 896. Sehr gut. Ähm, sende mir doch eine Freundschaftsanfrage. Mein Account heisst TheJumpingFlame. Genauso wie mein Twitch-Name. Aber am Schluss noch mit einem Underscore. Gibt es offiziell noch nicht. War da kurz. War wohl mal kurz drin, aber ist zum aktuellen Stand nicht. Ach so. Ah, bist schon. Sehr gut. Dann noch kurz rein. Freundschaftsanfrage erhalten. Neuer Follower, neue Nachricht. Sehr gut hinzufügen. Und dann kannst du dann auch mitspielen, sobald die liebe Ina dabei ist. Wo hast du markiert, Alessio? Ähm, Loni Lodge. Es muss doch oben sehen. Loni Lodge. Ah ja, sie ist. Und Naruto fährt leider nicht. Im Moment hat jetzt gerade Teigwurst einen Platz sich gesichert. Aber ich muss dann in Zukunft mal schauen, wie wir das machen. Ähm. Ich bin nochmal auf. Okay. Ähm. In Bezug auf zum Beispiel. Jeder darf ein, zwei Spiele mitmachen und dann wird gewechselt. Aber, ähm. Falls du ein Follow da lässt, darfst du natürlich. Bist du auf dem neuesten Stand, wenn es dann soweit ist. So. Ich geh mal hier auf dem Turm. Mhm. Ich steuer den Turm auch an. Kannst den Bot ja deine Kö aktivieren für sowas. Ö. Benny. Jetzt müsst du mir kurz helfen, wie das gemeint ist von dir. Das wäre natürlich cool, aber. Was ist das jetzt da für einen? Oh, noch eine Truhe. Hast du eine Truhe gefunden? Äh, ja. Ich hab noch eine Waffe für dich. Okay. Komm. Ähm. Komm einfach hoch. Ich tu die BN werfen. Die User tragen sich dann einfach mit Kö ein. Ah. Und dann. Okay. Das klingt gut. Ja, das klingt gut. Aber okay. Warte, das klingt gut. Das klingt gut. Das klingt gut. Kommand join. Titel, äh, Fortnitte. Open. Maximum köseis. 20 kost. So. Und hey, Tobi. Äköas opened up for Fortnite. Kost 0 Funken. Join. Option a node to join. Okay. Tragt euch mal ein. Das testen wir gleich mal. Genau. Und Ina, du hast dein Mikrofon gemutet. Stimmt das nicht, dass ich dich irgendwie gemutet habe? Wie geht es? Weil ich, äh. Ich rede eigentlich mit dem Chat und erwarte da eine Schrift und dann, ja, das stimmt. Stimme aus dem Off. Ja, definitiv. Hallo, Tobi. Wie geil ist das denn? Und natürlich Hallo nochmal an alle anderen. Sabrina will auch mitmachen. Du joinst auch. Auf der Playstation. What? Aber hey, das geht, Leute. Das ist geil. Das ist geil. Das ist geil. Das machen wir so. Ja, Romero. Bist du heiss? Bist du heiss? Bist du heiss? Und hast du heiss? Bist du heiss zu überleben? Bist du heiss und fertig? Du hättest meine erste Runde mit Panda sehen sollen. Ich muss dir die dann zeigen am Schluss nochmal. Äh. Wir haben, also R hat Platz vier gemacht. Ich Platz zwei. Und ich war wirklich kurz vor dem Gewinnen. Das war wirklich geil. Was? Aha. War wirklich sehr spannend. Äh, Kuh. Ja. Ja, kommen. Okay. Tessen wir mal die Kühe. Ja, definitiv. Und List geht auch. List, List, List. Also jetzt. Aber List geht nicht. List wäre geil, wenn man dann zeigen könnte, in welcher Kühe man ist. Das wäre gut. Dann würde ich mal sagen, rennen wir in die Zone. Ja, ich komme gleich. Das würde ich noch mit dir ersetzen. Ich glaube, ah ja, also geht los. Nein, das ist das andere. Äh, ja. Ich komme. Sehr gut. Aber das wäre geil. Ist das einstellbar? Mal so eine Frage. Aber was denn? Äh, ja, beim, äh, beim Bot, dass man das mit der Kühe dann regeln kann. Dass ich einfach sage, zum Beispiel, äh, heute sind irgendwie drei Leute. Tragt euch in die Kühe ein und, ähm, dann spielen wir eine Runde und dann kommt der Nächste in die Liste dran, wo man mitspielen darf. Ich glaube, ich spiele mal gucken. Kühe, List. Muss ich vermutlich noch programmieren. Hast du schon, äh, Urlaub, Alessia? Äh, ne, ich habe Wochenende. Ah, Wochenende, ja. Erst um 16, 26. Sehr gutes Emote, oh ja. Das ist aber besser. Oh ja, Ina. Am Mittwoch dachte ich so nur so, what? Was machst du? Hast du das, äh, weil du das Emote wolltest, weil du einen saltigen Tag hattest? Ähm, vielleicht. Ähm, vielleicht, das ist eine Antwort. Ähm, vielleicht, kann sein, muss aber nicht. Es kann sein, dass ich in den letzten Tagen ein bisschen salty war. Oh, oh, Simon, mein Beileid. Das ist ein Wagemann. Oh, was? Nein, der hat davon nichts abbekommen, alles gut. Nichts? Okay. Also ich bin übrigens bereit. Ja, es ist Zeit zu sterben. Es ist Zeit zu sterben, sehr gut. Es sind nur noch 30 verfügbar, von dem her bist du gleich. Dann, ähm, wie hiess er? Wurst. Wurst? Teigwurst. Teigwurst, genau. Mach dann auch noch mit. Und dann sind wir... Nein, halt, geht ja gar nicht. Eins, zwei, drei. Doch, vier. Stimmt, doch. Geht. Ich habe jetzt Panda. Ja, ich hatte Panda noch ein bisschen im Kopf vorhin. Pfanne, Pfanne, Pfanne. Pfanne, Topf. Hululu. Hululu, Hulu. Ja, genau. Aber sehr gerne, Benni. Sehr, sehr gerne. Boah, ich kann halt, glaube ich, nicht mehr auf der Konsole spielen. Du kannst alles. Du bist ein Einhorn. Wir glauben an dich. Okay, dann werde ich jetzt immer Platz eins. Sehr gut. Ich erwarte nicht weniger von dir. Achstum, hier war schon einer. Mhm, ich sehe es. Diskalkulie ist eine ernstzunehmende Sache. Aber ich konnte mich noch rausreden, weil ich eben gedacht habe, Le Panda ist noch da. Ähm, ne, mit hier. Wenn hier schon jemand war und dann die Waffe, oder werden Waffen nochmals zusätzlich, äh, irgendwie gedroppt? Äh, eigentlich nicht mehr. Das Visper kommt dann in den Textbereich des Kommands. Ja, das weiss ich, wie Kommands einstellen. Das ist lieb. Du hast eine Einladung erhalten. Ja, aber noch, falls du einen Schilddrang brauchst. Wo ist eigentlich unsere Chefin? Welche Chefin? Bolle. Bolle will nicht zuschauen. Hat jemand Bolle gesehen? Wieso? Weil Fortnite ein doofes Spiel ist. Deshalb ist, äh... Wir sind aber alle hier. Uh, uh. Das stimmt. Bolle boykottiertes Spiel. Oder nur im Chat sein. Aha. Sie boykottiert es. Da ist, äh, links, äh, Südosten. Du kannst auch die Zahlen nennen, ne? Ja. Hab ihn. Okay, ähm, ich geh mal runter. Ich geh mal runter. Okay, ich, äh, decke dich, falls jemand kommt. Tobias Saft, du darfst dich gerne in die, äh, Liste eintragen mit Ausrufezeichen join. Okay, äh, der Start. Ja, ich schau... Ah, äh, links oben bei Osten, circa, auf dem Hügel. Okay, okay. Er kommt zu dir. Okay. Ich probier dich. Nein, voll... Ah, jemand hat mich gesnipert. Ah, Mann, 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 Mann. Oh, soll ich firstieren? Der kommt, der kommt nicht holen. Ja, ich weiss nicht. Oh, der ist in der Spielwelt. Ja, von links oben wurdest du weggesnipert, klar. Kann das sein? Da hat jemand nämlich was gebaut. Oh, ja. Oder? Ah, fuck. Ja. Ja, Ina. Guck mal, ob ich ihn schnappe. Ich hab den Delay jetzt gerade hier im Stream, deswegen. Ach so. Okay, warten wir noch bis Alessio da und dann die nächsten Flämmchen. Das ist doch cool. Komm und... Ähm... Plus... Dann... Ähm... Was wollen wir da als Name? Q-List, ja, ja. Q... Oh, oh. Keuye. Keuye-List. Usage Stream Chat. Yes. True. Everyone. Invo. Rippons, die heißen Flämmchen in der Warteschlange. Q. Drei. Ah. Können wir aber erhöhen auf mal fünf. Zahnfahne. Ah, jetzt gibt es andere einen Sinn. Keuye. E-Q-U. Oh, yeah. Ist das ein doofes Wort? Ha! Simon. Der nicht mitspielt. Dann Plumcake auch nicht. Sabrina. Sabrina, willst du mitspielen? Und danke, Beni. Ähm... Ähm... Oh, oh. Und du bist weg vielleicht? Ah, schade. Ähm... Nein, ich habe Platz, aber... Geht doch. Q-List, Warteschlange. Ja, das ist ein besseres Name. Warteschlange. Ja. Hab's umgeändert. Tja, wenn Olle im Chat wäre, würde ich ihr ja... sagen, dass sie meine beiden Bildschirme haben kann, wenn sie möchte. Nee. Aber jetzt ist sie ja leider nicht da. Und das... Und sie ist nicht da. Leute, ihr müsst das kurz einen Clip machen. Jetzt... Simon. Nee, ich weiss ja, oder nur testen, aber das Spiel nicht. Niemals. Okay. Dann Remove. Plumcake. Plum. Mach doch einfach Warteschlange. Ich weiss nicht, Beni. Willst du mitspielen? Oder kannst du mitspielen? Sabrina kann ich löschen. Tobias Saft ist schon drinnen. Aber es war nicht noch Wurst irgendetwas drin. Hat er noch einen? Wurst irgendetwas. Ja. Irgendetwas mit Wurst. Naja. Okay. Ähm. Irgendetwas mit Wurst. Genau. Ich komme. Jetzt kannst du es auch löschen. Habe ich auch gelöscht. Es ist noch Tobias Saft, aber vorhin hat noch Wurst gesagt, er möchte mich spielen. Der Teigwurst war doch noch da, oder nicht? Ja. Vorhin schon, ja. Ja. Also, ähm. Gaming Unicorn. Genau. Kannst du mich? Achso, du hast so nennen. LG Fun. Und Gaming. Yes. Wieso beobachtest du nicht Alessio? Ah, der ist auch schon tot. Ja. Der ist auch schon tot vorhin, ja. Äh. Wo kann ich denn nochmal die Einladung annehmen? Äh. Playstation-Icon in der Mitte vom Controller. Ach da. Danke. Hab ich jetzt das gesehen? Das war jetzt witzig. Okay. Okay. Das war jetzt witzig. Wie geht denn das? Äh. Ähm. Er hat getanzt. Schau mal. Dün, 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 dün. Und dann kann ich auch mitspielen. Der Ehren lässt sich immer zuletzt. Du darfst mitspielen, Tobias Saft, aber im Moment sind schon vier besetzt. Du bist aber der Nächste auf der Liste. Und wenn der Wurst dann, also wenn wir diese Runde fertig haben, darfst du sie gerne mitspielen. Die nächste Runde. Die Wurst. Die Wurst. Die Wurst ist on fire. Wo ist einer? Das Unicorn. Boah, erstmal hier alles hier abchecken. Wie ging das nochmal alles? Äh, puh. Es geht auch in, äh. Es geht auch in Spielmodus. Der ist pures Gold. Da gibt's nur alle Waffen, die es auch in Gold gibt. Und das kann man auch zusammen als Team spielen. Okay. Aber im Moment, äh, mir gefällt das hier noch. Das gefällt mir. We don't need to water the Wurst. Baaain. Ähm, wo wollen wir hin? Was habt ihr für eine Idee? Ähm. Äh. Lonely Lodge, rechts rüber. Okay. Okay. Oh nein. Oh Gott. Ich hab schon wieder, ich... Ich hab schon wieder... Ich hab schon wieder... Ja, Moment. Ich hab irgendwie hier wieder Probleme mit der Steuerung. Oh Gott. Und Sabrina... Und Sabrina... ... muss man sehr anpassungsfähig sein. Alt ist soweit. Und dann haben wir dann wieder Sommer. Im Moment noch viel Schnee. Ja, aufhören. Ich hab noch bald. Ich hab noch... ... eine Armbrust. Ja, ich hab noch... ... eine Armbrust. Okay, hier sind zwei Gegner. Okay, ich hab noch. Ich fahr mal lieber weg. Wieder mal hoch. Oh, oh, das würde ich nicht machen. Das würde ich nicht machen. Wow! Arsch. Und, äh, G, äh, G, äh, G, äh, also, Fertiger, hallo? Ich weiß nicht, was aufs Handy ist, ich wollte in der Couch aus. Sehr gut. Und ich bin jetzt fast tot gewesen. Ich muss kurz weg. Bist du weg? Nein, äh. Ja. Shit. Dina, komm nicht zu uns. Nee, ich bin auch schon am Weglaufen, aber ich muss leider in die Richtung hier. Ah ja, genau, meine Güte. Ich hab immer noch keine Warten, verdammt. Der Red Tiger. Was hab ich gesagt? Was hab ich gesagt? Und ich hab auch keine Waffen, da noch zwölf Leben, weil ich voll aus reingelaufen bin. Oh ja. Alessio sagte mir noch, nein, ich würde es nicht empfehlen, da reinzugehen und boom. Warum bin ich da rein? Bitte gib mir eine Scheisswaffe. Jetzt ist noch ein bisschen verbannt und sonst und so weiter. Das wär gut. Was soll mir da jetzt zum Sieg heissen? Viewer Games. Äh, was heisst das? Das heisst einfach, genau, mit den Zuschauern zum Sieg. Erst die Wand rein, reissen dann zur Tür aus. Ja, genau. Vielleicht kommt ein Haus, ich spüre es. Ah, Smarty, nein! Ich will das nicht. Geh weg! Wenn ich jetzt nicht irgendwie bald ein bisschen Leben bekomme, bin ich dann schnell weg. Lauf mal irgendwie zu Ina rüber. Du spürst es auch? Neili, nein! Warum spürst du das auch? Wir bekommen einen Host über, scheinbar. Jetzt dann gleich. Nein, ich habe Angst. Ist der Host. Oh, danke vielmals. Ähm. Du kannst dich eintragen in die Liste mit Ausrufezeichen join. Und dann kannst du sehr gerne dann später mitmachen. Wow! Ein Panduin-Raid! Vielen Dank! Vielen Dank für den Host. Hey, Firejumper! Du spielst auf PS4? Ja, ich spiele auf der PlayStation 4, genau. Hallo, Julian! Na, wie geht es euch? Vielen, vielen Dank! Neili und Amini. Alles gut bei euch? Dann geht es doch nicht. Oh, schade. Aber trotzdem. Schön schaust du zu. Du kannst dich definitiv auf dein Gefühl verlassen. Definitiv! Was habt ihr denn gespielt, ihr beiden? Oder nur? Hey, 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 hey. Kein Grund, auszurasten zu lernen. Alles gut. Was wäre aus der Aus? Ina, raste doch nicht aus und lynch alle. Hey, wer schiesst denn hier auf mich? Ich komme, ich komme. Also, ich erscheine, ich erscheine. Ich springe, ich springe. Aber du bist, glaube ich, tot jetzt dann gleich. Minecraft haben wir gespielt. Ist das cool? Das ist doch eigentlich sehr, sehr, ähm... C, wenn man nicht draus kommt wie ich. Fire Jumper! Vielen Dank! Ah, schade. Red Tiger. Ja, Ina im Rage-Modus. Und ich glaube... Das nehmen wir da. Nee, heute nicht mehr im Rage-Modus. Heute nicht mehr im Rage-Modus. Was hast du gemacht? Welche Tablette hast du genommen? Ich will ja auch. Hey, ich bin doch nicht immer daueraggressiv. Was denkt ihr denn von mir? Stimmt, das bist du nicht. Das stimmt. Ich bin immer süss und flauschig. Vielen Dank für den Host. Oh, eine neue Waffe. Die hatte ich noch nie... Ach, die andere, genau. Die hat unendlich Munition. Unendlich Munition, geil. So, ich glaube... Ähm... Wurst. Irgendetwas. Weiß ich schon wieder nicht. Wir müssen da mal rein. Ich bin süss und flauschig. Hallo, so klein bin ich gar nicht. Sie sind spitz. Das stimmt. Du bist definitiv süss und flauschig. Danke. Oh nein, hast du nicht, Julian. Ich habe nur bei einem Stream mitgespielt heute. Also, das ist ja schon der zweite, wo ich passiv dabei bin. Der zweite? Wo warst du sonst noch dabei? Bei Benny heute Nachmittag. Der hat deine Zeit dann einfach genommen. Hast du meine Zeit geklaut. Sehr gut. Hast du sie hoffentlich gut genutzt. Was habt ihr gespielt? Äh... Ein Spiel. Ein Spiel, der deinen Namen trägt. Overwatch. Hoch an Held... Äh... Was? Overwatch? Over... Pst! Over... Pst! Over... Pst! Wir haben es rüber geschaut. Oh, 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 oh. Wir müssen rein. Oh, 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 oh. Nein, nein. Was machst du denn? Schade, schade. Jetzt mal, wenn ich mit den Stream kommt, beneide ich um deinen Stuhl. Ich will ja nichts sagen, aber hast du meinen schon gesehen? Ich will auch nichts sagen. Generell, egal welchen Stuhl, Aber Leute, ein Gaming-Stuhl mit Nackenkissen und mit Kreuzkissen, was auch immer. Hey, das ist geil. Das ist wirklich jeden Penny wert. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Ja, Julian, ich spiele das hier vielleicht ein bisschen öfters. Vielleicht nach dem Stream gleich noch. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Das waren zwei vielleicht zu viel. So, ähm, damit natürlich auch der oder beziehungsweise, wer ist jetzt in der Queue? Äh, Tobias Saft. Bist du auf der Playstation Lenden und Nacken? Natürlich kommt Simon da mit den Fachbegriffen. Ähm, bist du da? Hast du mich da schon? Nein. Ähm. Ähm. Tobi, schön warst du da. See you next time und schönen Abend. Ähm, eben, Tobias, ähm, ich möchte dich gerne, kann ich den rauswerfen? Ja, könnte ich. Aber bist du, hast du das auf der Playstation, äh, Tobias Saft? Und sonst, Ina, komm, wir machen noch eine Runde, bis Tobias Saft dann wirklich antwortet. Kann, äh, der andere. Der hat wohl keinen Saft mehr. Ha, ha, ha. Definitiv. Ihm ist wohl der Saft ausgegangen. Der Pingu geht jetzt auch müde, viel Spass noch, danke, Neili. Schönen Abend. Danke nochmals für den Haus. Ich bin sehr müde, ey, ich glaube, es hakt. Ja, weisst du, ähm, was sagst du? Äh, wenn man älter ist, dann passiert das eben. Ach so. Du bist noch jung und knackig. Naja, nicht mehr so lang. Nicht mehr so knackig, wie auch schon, meinst du? Bald ist das Leben vorbei. Oh nein. Ab 30 geht's aber erst, stimmt's, Simon. Naja, ich hab noch ein paar Jahre. So, ähm... Du hast noch ein paar Jahre, das stimmt. Darfst du das Spiel überhaupt schon spielen? Ja. Ja, dieses Jahr. Aber nicht, nicht, äh, Resident Evil. Äh, äh, auch. Pfeiljumper, warum denn das? Okay. Pfeiljumper. Was? Das ist einfach da ganz schön nah. Da sind wir bestimmt alleine. Alleine. Na gut. Probieren wir's. Wie ihr meint. Ja. Da hab ich mir jetzt genau das gleiche gedacht, Tina. Wie ihr meint. Schauen wir doch. Wie ihr meint. Ich hab... Ich... Ja, gut. Also ich bin ja wohl wie der Profi dran, ne? Aber ich weiss, wo die Bess ist. Wegen Jungen und Knackig. Wegen Jungen und Knackig. Wegen Jungen und Knackig. Pfeiljumper. Sind doch alle Jungen und Knackig. Shit. Ja, definitiv sind wir schnell tot. Ja, hab schon ein paar bisschen Glück. Ja, hab schon ein paar und Romero ist tot. Ja, das ging schnell und Crazy LP. Hallo. Das ging schnell. Schauen wir die Ina zu. Was? Was macht Ina? Besser nicht. Besser nicht auf der auf der Playstation. Sie macht dein Haus kaputt. Ja. Also Tobias, du hast dich jetzt im Chat nicht mehr gemeldet, deshalb schmeisse ich dich da mal raus. Ja, aber wir spielen auf der Playstation. Du kannst Ausrufezeichen join und wenn du eine Playstation hast, dann darfst du sehr gerne mitmachen. Schau mal, was ist das? Users, Discord, Notification, Not-Tool, Events. Also auch, ja, The Jumping Flame Underscore. Und dann kannst du sehr gut, dann bist du schon mal in der Liste, dass dir keiner den Platz wegnimmt. Und alles gut, Join hat geklappt. Geht halt nach der Liste. Definitiv. Äh, Äh, um einiges Brot, ne? Ina, du bist im Busch. War es niemals. So was, auf so eine Idee würde ich ja niemals kommen. Nie, aber wirklich nie. Äh, Kuh, Kuh, Kuh ist opening, shit. Entry Message, you, you have entered the Kuh, Position. Oh, das ist aber auch geil. Okay, währenddem wir Ina zuschauen, mache ich mal im Background. Was? Hallo? Das kommt noch, crazy. Mach den kaputt, mach den kaputt, Ina. Ja, ich kann doch nicht viel. Holt euch das mal auf den PC, ey. Mein Gott, ne. Ach, Ina, du kannst auch mit Tastatur und Maus spielen, hier drauf. Was? Ja, du musst hier nur Tastatur und Maus entschliessen, dann kannst du auch mit Tastatur spielen. Ja, gut. Ne, das ist mir ja zu viel Aufwand. Aber gut zu wissen. Ah, wir sind alle weg. Okay. Also, crazy, hast du mir eine Freundschaftsanfrage gesendet? Dann kannst du mitspielen. Sobald du mir eine Freundschaftsanfrage gesendet hast, dann darfst du mitspielen. Also, die Musik ist lustig. ich habe jetzt drei Bildschirme, die an meinem PC angeschlossen sind. Drei? Drei, ja. Der eine war eigentlich erst nur für die Konsolen und jetzt haben wir noch ein Kabel besorgt. Sehr gut. Dann machen wir noch eine Runde mit ihm. Wie tanzt man nochmal? Keine Ahnung. Wenn ihr auf Spind geht, könnt ihr bei eurem Emote ausgehen und ihr in der Lobby machen. Genau. Dann, wenn ihr in der Lobby seid, könnt ihr auf euren Namen gehen und dann auf Emote. Könnt ihr in der Lobby tanzen. Du bist der Warteschleimlange Beigetreten. Bzzzup. Sehr gut. Position. Oh, cool. Kann jemand kurz Join drücken? Ich will mal kurz schauen, ob das klappt. Oh, eine kleine piepse ich mir wenig. Die Warteschleimlange wurde gelöscht. Die Warteschleimlange ist der Warteschleimlange Beigetreten. Position Nummer 1. Sehr gut. Wohin wollen wir? Loot Lake. Sehr gut. Oh nein, ich bin abgesprungen. Scheiße. Ina, nein. Geh zum Fluss. Ich werde sterben. Ja, der Jumping Flame mit Unterstrich. Nein, Romero. Aus. Soll ich in eine Party kommen? Ähm, Partys sind im Moment nicht aktiv. Wir sind da auf Discord. Hier ist keine Party, ja. Nö, nö, nö. Hier ist alles ernst. Ja. Aber für heute ähm, nein. Wo bist du jetzt? Unicorn. Was? Ich bin weggelaufen. Ei, ei, ei. Ich bin jetzt bei Lobby Shows oder wie heisst das hier? Lobby Shows, Lobby Shows, Lobby, Lobby. Oblobola. Wo bin ich? Definitiv. Firejumper und Jumping Flame. Definitiv. Du hast sogar noch einen Unterstrich wie ich bei Playstation. Alesio, ich gehe mal Ina ein bisschen supporten, weil sie da ganz alleine ist. Ich laufe mal zu ihr. Dann komme ich mal auch was zu euch. Okay. Lächelnder Smiley. Ina? Ja? Ja, und der Pfeil bewegt sich ein bisschen. Lauf ein bisschen zu mir. Also irgendwie, dass wir uns in der Mitte treffen, damit du nicht so nicht den ganzen Weg machen musst. Ja, Moment. Ich muss erst mal hier sammeln. Sammle, sammle. Nach dieser Runde Crazy LP darfst du gerne beitreten. Discord darfst du sonst auch, wenn du dich benimmst. Das ist einfach immer so ein, weil die, die jetzt im Moment da drinnen sind, die kenne ich. Weiss ich, die benehmen sich. Und einfach die normalen Regeln, die man da kennt. Ausserverzeichen Discord, da reingehen in den Wartebereich und dann darfst du mitreden nach dieser Runde und mitspielen. Ina, du bist immer noch da oben. Und ich drücke mir den Wolf in den Ah, Controller. Ich bin 16, keine 5. Ich hatte schon 25-Jährige. Oh Gott, ich fühle mich für Erfolg. Ich komme ja. Sie kommen hoch. Nein. Oh Mann, sie kommen mich ohne. Ah, er ist tot. Nein, er ist nicht tot. Stirb endlich. Ja, Simon. Oh, ja. Nein, du Schwein. Nein, und er heisst doch noch Amateur. Ach, ich wäre dir jetzt gerne helfen gekommen. Sehr gut, Crazy. Dann holen wir uns gut. Oh, Ina hat gemerkt, dass ich sie verfolge. Ja! Ja! Pass auf, Romero, du bist gleich am Ende. Ich bin am Ende wo? Du bist am Ende. Am Ende der Zone. Aha, ja, kommen wir mal zurück. Ich gehe mal da zum Spielplatz. Ich werde immer Romero beobachten. Beobachte. Beobachte, aber nicht lernen. Ich habe einen kleinen Schildtrank für dich, Romero. Ich habe auch einen gerade am neben. Ich finde nur noch das Wasser. wo ist denn der Fussballplatz? Können wir mal suchen? Ich trage sie in der Schule. Ach, hier ist es. Spock. Crazy, bist du schon bei Discord teilgetreten? Ja, sehr gut. Ja, schon gesehen. Genau. Ach gut. Wir sind noch noch ein paar Waffen. Ich würde auf dem Klo ist noch was. Ja. Nein. Ich habe mal Klo zerstört, aber vermutlich hinter dem Klo. Dann vielleicht oben? Ja. Wer hat da gepfiffen? Das war kein Host? Ja, man kann eine Truhe machen. Achso. Da oben war eine Truhe wahrscheinlich. Wie geil. Fussball! Oh, dieses Jahr ist Er wird dann unseren zuverlässigen Monstemporer entmottet, einfach weil er nicht 18 ist und der Kanal mittlerweile FSK 18. Ja, verstehe ich. Und Roman. Hi, hi. Hallo, Roman. Man kann wirklich... Bis ich das gefunden habe, was ich da machen muss. mein Glückwunsch. Ihr sollt kämpfen und hier nicht Fussball spielen. What? Ihr sollt überleben. Nein, Pfosten. Oh, nein. Und... Bin da, sehr gut, crazy. Hallo, ich bin's, ein crazy. Ich bin's. Genau. Ja, super, dann nach 21. Ich bin's. Ähm. Äh. Raketenwerfer, Moni. Das heisst, hier ist irgendwo einer. Ja, müsste. Ich höre. Ich glaube, da ist die Truhe. Irgendwo, oder? Naja, das ist... Naja, vielleicht irgendwo. Ich move dich dann. Im Wartebereich kannst du mal reingehen. Und ich move dich dann rein. Ich finde das lustig. Er macht sich ja auch einen Spass hier, ne? Ja, definitiv. Er ist bestimmt ein super Spieler und der humpelt jetzt einfach nur Spass hier mit uns rum. Naja, definitiv. Wurst, ähm... Du hörst uns, oder? Ich glaube, ja. Noch eine Runde und dann kann Crazy dann mitspielen. Dann werfe ich dich aus dem Team. Ab in die Zone. Ja, ich glaube schon. Bist du herzlos. Du schmeißt einfach Leute aus dem Team. Nein. Aber du darfst dich gerne dann wieder reinktrennen. Na gut, wenn es nach dir geht, haben wir auch Teams mit zehn Mann Größe oder so. Ja, definitiv. Das wäre geil. Dafür hätten wir ja... Wie gesagt, das Spiel wenn das ein paar Leute von uns in den Chat zum Beispiel hätten, wäre das eigentlich ganz cool. Sieben Leute. Das ist eigentlich ein Spaßspiel. Welches Spiel? That's you. Ah, that's you. Ach, das kann man mit sieben spielen? Krass, aber dann ist das dann schon arg viel Leute, ne? Ich fand das jetzt mit vier eigentlich schon perfekt. Ah. Ich hab das an Silvester gespielt. Das ist geil. Also du musst nur in den Wartebereich reinkommen. Crazy. In den Wartebereich kannst du eigentlich... Ah, halt. Vielleicht. Funken. So. Ich hab dich jetzt mal zum Funken gemacht. Vielleicht musst du den Status Funken haben. Dann solltest du in den Wartebereich kommen. So. Ah. Und Dina denkt, Mann, sterbt doch endlich. Sterbt. Nee, ich pass... Pass auf. Ich halte die Augen für dich mit auf. Ich denke, im Moment... Ach, Martin. Ich denke, im Moment... Ich denke, im Moment... Ich denke, im Moment... Ich hätte jetzt noch einen Sniperkette, das wäre cool. Oder eine Cholo. Eine Cholo? Eine Cholo? Das ist die stärkste Waffe von allen. Äh, war da ein Airdrop links? Naja. Ähm, okay. Ich würde mich sagen, die bleiben hier. Wir sind halt in der Mitte. Warte, das liegt... Ist das da nicht ein Airdrop da? Wo? Ah ja. Stimmt. It's a trap! Geht nicht. Also Wartebereich solltest du reingehen können. Crazy. Okay, einen goldenen Raketenwerfer und einen Schildkrampf. Nein, nicht machen. Du musst hier, genau. Da haben wir schon mal den goldenen Raketenwerfer und den Schildkrampf. Uuuuh, la mini-garni. Bann. Äh. Hast du es gar nichts gekriegt? Nö, aber okay. Da ist noch eine Waffe links. Nö, interessiert mich nicht. Oder, was ist das für eine? So eine goldene, oder? Und jetzt zack! Alekio, schnapp sich die Waffe! Komm, schnapp sie dir! Alle Waffen! Uh! Ich geh da mal rein in die Hundehüte. Ähm, sind noch Verbände am Leben? Ach, schon aufgehoben. Was ist das, Salven? Ja, blau ist ja besser als grün, glaube ich, oder? Ja. Oh, ein Trampolin-Sprungflasche. Der hat Party. Ah ja. Wo ist denn das? Okay, ich würd mal sagen, ich geh mal zum nächsten Haus. Kommt ihr mit? Ja. Okay. Das ist ein bisschen... Ecke der Zone, au, Achtung! Schlüssel! Okay, ich würd sagen, wir bleiben im Haus drin, ne? Wir sind da erstmal sicher. Immer die Türen schliessen. Ja, aber LG ist noch da. Und hier ist noch ein Stück krank. Bis später, äh, Firejumper. Ähm, Romero? Guck mal, hier ist ein Stück krank. Alles klar, Julian! Dann kannst du nur noch trinken. Bestell liebe Grösse! Was kann ich? Mach ich. Tschüssi! Trinken. Aber ich kann den nicht trinken. Ah, doch. Doch. Die Grossen kannst du. Die Kleinen... Die Kleinen kannst du nur so oft trinken, bis du 50 HP hast. Ah, so. Den Schlosserf kannst du immer trinken. Der bringt dir von allem 25. Und, ähm, der Grosse, den kannst du so oft trinken. Okay, cool. Crazy, hat es geklappt? Bist du jetzt an Lamsang drin? Nicht im Rappen und nicht reden kann? Au. Naja, also mitspielen darfst du dann schon. Und wenn du das nicht hinkriegst mit dem Reden, dann, äh, halt das nächste Mal. Hören das die anderen Leute? Äh, ja. 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 Das war schön, aber vorher aufmerksam. Ich bin mega am, äh, leise hin und her gurken und die da Party! Hier sind wir! Da kann ja immer Party. Äh, wir konnten uns ja unter der, äh, Treppe ganz verkehren, wenn wir uns da wollen. Na, verschanzt euch unter der Treppe. Hm. Ja, ja. Bist du dir ganz sicher? Jupp. Was macht er? Da hinten geradeaus ist einer. Äh, was hat dir das jetzt gebracht? Ein Fenster? Äh, wie geht das schon wieder? Ja, warte. Was machst du da? Ich weiss nicht mehr, wie das geht da aufmachen. Ach, dann, das war's. Du musst es nochmal bearbeiten. Ah, genau. So. Dann kann man rausschauen. Ah, ich sehe einen. Tschüss, Sabrina. Ah, ich mach auch mal ein bisschen. Bis dann, Sabrina! Schön warst du da. Ah, der läuft da rum. Ich sehe den, aber zu weit weg. Gut, dann, äh, ich mach wieder zu. Mhm. Nachti! Okay, die Zone wird kleiner. Okay, direkt bei uns. Mhm. Achtung, hier ist ein Loch. Mhm. Ah, Romeo, äh, egal was man sagt, er kriegt einfach. Ja. Das macht er. Der kämpft, der braucht, nimmt keine Uhr, der nimmt keine Türen. Achtung, da sind Leute. Ja, das war's gut. Oh mein Gott, das sind Leute. Nein. Wir rennen außen rum am besten. Die wollen dich töten, Romero. Ja, und dann essen. Mhm. Aber ich bin zu, zu, zäh. Okay, ähm, ich renne schon mal was. Das kann ich nicht bestätigen. Das kannst du nicht bestätigen? So schnell, wie du in der letzten Runde gestorben bist. Wir sind ja auch schon alt. Oh ja, uralt. Ur, 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 alt. Jetzt seid ihr unter den... Oh, Kraus, hast du gesehen? Ja. Ich hab's gesehen. Probier mich hinter dem Busch zu verstecken. Ich meine, du kannst dich ja auch zeigen, wenn du da rumhüpfst. Alessio! Super! Also verstecken sich alle total leise. Und Alessio tanzt erst mal eine Runde. Jetzt bauen die sich dann eine Base. Und noch acht. Jetzt könnt ihr... ...gegeneinander, Base gegen Base. Aber ihr rennt da ja durch die Büsche. Kann man eine andere Haltung auch so irgendwie finden? Ich heiss nicht... Die snipern euch jetzt von oben weg. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, du musst uns da laufen. Ja, du musst mir ja schlau. Obst du dich die Position verraten, ne? Nein! Nein! Ja klar, mach. Mach nur ruhig. Mach ruhig. Nein! Nein! Ah, shit. Schade. Ahem. Ja. Achtung, der Bass ist von oben rein, der kommt gleich von oben. Gibt es noch etwas aus? Außer das Dach. Du musst dich gleich bewegen, Romero, du musst jetzt raus. Nee, nee, was, nee. Fickt euch doch. Da sind sie auch schon. Dich holen. Ja, okay, den hast du schon wieder gestreckt. Ich würde nicht so... Nein. Fuck, 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 fuck. Aber es war nicht so schlecht. So, okay, Wurst im Glas oder Ekenetwas, ich weiss nicht mehr. Man, Teigwurst, das ist wohl nicht so schwer zu verhaken. Doch, Teigwurst ist doof. Aber vielen Dank fürs Mitspielen, ich schmeisse dich jetzt raus. Verwalt. Und tschüss. Und tschüss, genau. Nein, danke, dass du mitgespielt hast. Und dann Freundschaftsanfrage. Nein. Mach gut. Passt gut. Crazy zu Freundin zufügen. Und dann Gruppensuche. Und dann... Wo ist er? Ja. Sehr gut. Crazy ist auch dabei. Dann lasst uns beginnen. Bist du müde? Nein. Also ich mache auch noch so eine Viertelstunde. Was? Was? Ich bin schon zwei Stunden und zehn Minuten dran. Ja und? Du kannst ja auch mal länger streamen als zwei Stunden. Nein, heute nicht. Morgen habe ich Friseur. Ich muss um sechs Uhr auf. Laber nicht, laber nicht. Leider schon, kein Witz. Was? Ernsthaft? Ja, kein wirklich, kein Witz. Wieso? Weil mein Friseur sonst nicht mehr Zeit hat. Und ich so, okay, aber ich schlafe einfach ein. Wenn du dann noch mit dem Föhn herumhantierst, dann so... Und ich so... Aber die haben... Also sechs Uhr stehe ich auf. Sieben Uhr. Vielleicht macht der endlich mal ein Schalt mit Free Force in deine Haare. Ja, genau. Sehr geil. Kannst du ihn ja fragen, ob der dir ein bisschen... In der Schweiz fährt man auch zwei Stunden zum Friseur. Ja, genau. Verdammt. So... Aber Crazy, ich weiss nicht, warum es du nicht da mitreden kannst. C'est la vie. Du hörst aber uns im Stream ein bisschen später, aber... Du hörst uns ja. Wo wollen wir hin? Retail, okay. Also Alessio, der legt es echt drauf an, mit auf jeden Fall den meisten Leuten zusammen zu fliegen, wie es nur geht, ne? Und los. Also diesmal, Katz, wenn wir diesmal alle da sterben, dann dürfte er nicht... Ja, das wäre die Frage, aber du hast es schon gesagt, dass er sonst keine Zeit mehr gehabt hätte, wenn er nicht zu früh gehen würde. Ja genau, es ähm... Und er hat im Moment so viel zu tun und deshalb... Pfff... Ina darf noch nicht müde sein. Nee, Ina spielt noch bis... Nein, ich bin noch nicht müde. Alles gut. Mindestens ein Uhr morgens. Du kennst doch Ina. Boah, hier sind so viele... Aha. Oh nein, Lamp. Hier oben hin. Alessio, ich sag nur... Okay. Und ich sag Challenge Perfette. Ja, ja. Wow, Romero ist schon tot. Bei dem Spiel bin ich eher so der, der überleben möchte. Anstatt der, der als erstes stirbt. So. Ich scheue euch mal schön zu. Schau mal der Ina zu. Pfff... Nimm ein H. Mach ich halt weiter. Im... Texte. Lokalisation. Gue... 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 As opened. Up for. Eine Wartenschlange. Warte... Schlange... Worte... Feuer... Wartenschlange. Woah... Bye. Ge... Öffnet. Posten. Posten. Konst... Currency Name. Schreibe... Command... Optional Node... Optional... Not... Sitz. Ich komm hier mal so entgegen ihn, ne? Okay. Um beizutreten. The queue has been closed. Die Arte, Schlange, Urte geschlossen. You can no longer enter. Du kannst nicht mehr beitreten. The queue is full. Die Warteschlange ist voll. Du kannst nicht mehr länger beitreten. Die Warteschlange wurde gelöscht. Username. Du bist der Warteschlange beigetreten. Position Anna. Super. Jetzt habe ich das gemacht. Und wenn ich selber joine. Du bist der Warteschlange beitreten. Position 1. Sehr gut. Wenn ich da closen und wieder öffnen tue. Die Warteschlange wurde geschlossen. Du kannst nicht mehr beitreten. Die Warteschlange wurde für Fortnite geöffnet. Kosten 0 Funken. Schreibe join. Optionale Notiz. Um beizutreten. Ich komme nicht runter. Sehr gut. Ich komme ja runter. Ja, geht das so zu. Inna, du bist schon 17,8 Meter gelaufen. Ich habe da was runter gebaut. Inna. Ina. Was? Das war nicht klug von dir, Alessio. Ich weiß. Ich wollte dir ein bisschen helfen. Achso. Danke. Danke. Das war nicht klug von dir, Alessio. Ich würde sagen, what the fuck? Ich habe hier keinen Platz mehr. Sagen wir mal so, das war absichtlich. Komierer singt's für nicht hin. Schon ein bisschen. Ich schaue schon mal, wen wir da hosten. Der Kaffee ist schon noch online oder wieder online. Spielt er endlich wieder Minecraft? Ja, warum endlich wieder? Das war Ironie. Ist er im Moment immer am Minecraft spielen? Ja. Ina, du hast einen Alessio bei dir. Ja, der mich tötet. Ich fühle mich total sicher. Ich fühle mich total sicher. Auf jeden Fall. Mit deiner blauen Kapuze. Was ist das? Mütze? Ja, das ist eine Mütze. Eine Wintermütze. Wie fandest du meine Intro, Ina? Was? Wie fandest du mein neues lustiges Intro von der Highlight, Clips Highlight? Achso, das war cool. Ich habe extra mein Ansteckmikrofon mitgenommen. Hey, jetzt habe ich hier keine Waffe mehr. Das war nicht klug von mir. Hä, ich hatte doch noch eine Waffe gerade. Habe ich die gerade weggeschmissen? Hast du die mir abgenommen? Er ist ja gleich schon aufgesogen. Ja, ja, du. So, jetzt sind wir zu links. Oh, da ist einer. Rechts. Oh, da ist einer. Ja, da. Oh, warte, ich habe keine Waffe ausgeführt. Okay. Entschuldigung. Schiess ihn tot. Ja. Macht man das nicht? Ina, sehr gut. Team Alessio, Ina und Crazy. Crazy. Der crazy Minecart Horn. Ich habe eigentlich alles auf, was Ina hintert. Oh, da hat jemand was gebaut. Ja, da ist keiner mehr. Aber hier ist irgendwo eine Truhe. Ja, ich weiß, wo? Ähm, Bammstracke. Da oben? Hm. Ja, oben. Ja, ich, äh, glaub nicht. Oh. Ich weiß grad gar nicht mehr, wo ich bin. Ey, wo ist die Truhe? Äh, jetzt ist er weg. Simx. Hi. What's up? Ja. Ja, macht Lärm. Er macht Lärm. Ja, da oben ist einer. Zwei. Nein, nein. Ja, ich kann aber nur in eine Richtung schießen, Mann. Scheiße. Schade. Schade. So, noch eine Runde mindestens mache ich eins bis zwei Runden. Je nach Länge. Machen wir es weiter. So. Wie gefällt dir das Spiel, Ina? Gut, äh, besser wenn ich am PC spiele. Naja, das glaube ich dir. Aber irgendwie, wenn die Maus so mega hin und her flippert, das ist, das finde ich sehr nervös, also das finde ich mit dem Controller besser. Das ist aber, wie man Shooter spielt. Ja, ich weiss so. Und dann irgendwie hast du flipprige Augen. Deshalb spiele ich alles auf dem, auf der Playstation. Nein, Romy, deswegen nicht. Doch, das ist der einzige Grund. Ja, das ist der einzige Grund. Widersprich mir nicht. Okay, du bist Chef. Oh. Streamst du morgen, oder was machst du, Ina? Ja, ja. Ich weiss aber noch nicht was, spontan. Okay. Overwatch. Nein. Nein. So, wohin? Das spiele ich ja gar nicht. Der eine will wieder Retail-Room. Ähm, okay. Ja, okay. Ähm. Bin ja schon rausgegangen. Nein, das alles. Ah. Los. Ähm. Nananananananananananananaanaana. 웅. Wow, wir alle sind mal richtig zusammen... Plus noch zwei, drei andere. Zwei, drei, vier. Fünf tausend. was bist du schon am boden ja ich komme nein das war ja schnell wo ist Ina hinter mir hinter mir ist Ina bist du im Gebäude da vorne Ina ja ich bin hier drin hast du eine Waffe ja nein 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 Achtung Ina nein nein hä wo ist denn der ja ich habe aber genug ja gut ja was ich auch gerade sagen ich bin schon die ersten Beleidigungen okay crazy jetzt muss es benden und ein ganzes Team ausgelöscht okay also meine letzte Runde bei euch noch eine ihr dürft dann entweder mit Ina weiterspielen oder Ina sagt auch sie hat genug ich werde auf ein anderes Spiel switchen wahrscheinlich switchen von der Switch switchen weiss ich noch nicht ich würde aber mal interessieren ob die anderen auch alle an der Playstation jetzt spielen die jetzt hier mit uns spielen ich weiß was du meinst vielleicht weiß Berndi das weil sonst ist es sehr sehr unausgeglichen eigentlich ja ich habe schon viel ich habe schon viel okay Ina also ich bin dafür dass wir ein bisschen weiter weg gehen hinter ja auch hinten links oder so so da irgendwo meinst du Snobby Shores ja vorher vorher ja können wir machen okay ich bin draussen wo ist noch fällt oder wohin? äh nein nach Tilted Towers zwischen Snobby Shores und und Tilted Towers und Ich habe einen schönen Tag. und ein tor hm habt ihr beide eine Waffe oder Waffen? ja ja sehr gut willst du zum Fussballspiel, Nina? ja ich bin mit der Truhe, aber irgendwie warte, ich glaube ich bin mit der Truhe ja ich bin mit der Truhe ja ok ja, keine guten ja 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 Okay. äh, vor mir sind aber zwei ja, aber dein ganzes Team kommt zu dir hinter dir oh, oh, okay oh, oh, man hat uns glaube ich gesehen, ah, direkt bei 63, bei okay, 78 ungefähr sind es zwei oh Gott wie mega leise und der Alessio gar nicht schnell von mir weg ich habe noch ein paar Waffen, als jemand braucht ja, ist gerade gut, danke irgendjemand schiesst hier mit einer Armbrust rum da unten sind sie und das ist Alessio da vorne hat jemand einen Sniper? äh, ja, ich habe die Armbrust nein, einen habe ich getroffen aber nicht so viel treffe ich nicht von hier ja, auch mal schlafen mit allen schon hey Smarty vielen Dank, dass du da warst warst und äh möge der Schlafengel mit dir sein Gute Nacht Gute Nacht okay, einer ist tot die wurden von einem anderen Team getötet ja, ich seh's die sind links auf dem Berg links mhm, ja ja, ich lese da hinten beim Plus Gute Nacht 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 ich hab ich hab noch ein problem 2 1 und hinten nein Achtung sie kommen passt auf Achtung oben euch Achtung alles hier oben schade war trotzdem aber cool so dann sage ich schon mal dem lieben Alessio vielen dank dass du da warst kein problem immer gerne und wir sehen uns doch das nächste mal schönen abend tschüss Alessio tschüss gute nacht und Ina dir wünsche ich jetzt noch viel Spass mit was auch immer was jetzt noch gemacht wird streamst du noch oder ne ne morgen 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 wann dürfen wir dich erwarten ach so morgen ne da ist morgen kein ähm erst mal ausschlafen erst mal ausschlafen und dann mal gucken wo nach mir so ist das ist doch schön weiss ich Uhrzeit hab ich nicht ok sehr gut ähm dann hoffen wir doch dass wir eine Benachrichtigung bekommen alle und wenn nicht Leute unbedingt bei der Ina the Gaming Unicorn ein Follow da lassen damit ihr benachrichtigt werdet und ähm ich werde dann eventuell ich habe ja da ein eventuell Stream am Sonntagabend das werde ich aber dann noch schauen wie gesagt für alle YouTube Zuschauer heute ist bestimmt der letzte Stream auch zeitgleich auf YouTube ab Montag wird dann nur noch auf Twitch gestreamt so meine liebe Ina ich hoste doch mal rüber zum Kroffi und wünsche dir noch viel Spass und danke dass du dir die Zeit genommen hast noch vorbeizuschauen gerne doch gerne doch wünsche dir eine gute Nacht danke gleichfalls schlaf schön und viel Spass beim Friseur morgen um 12 ja um 12 definitiv danke dir schöne Nacht tschüss tschüss und tschüss zusammen mhm mhm so meine Lieben wie gesagt hier seht ihr noch ähm wenn es einen Stream gibt provisorisch habe ich den schon drinnen mhm